So, erstmal eine neue Folge gestartet. Es waren zwar noch ein paar Sekunden hin, aber bevor ich es wieder vergesse vor lauter Kämpfen und Kloppen, deswegen habe ich mal gedacht, komm, machst du erstmal hier eine neue Folge. Dürfte jetzt, glaube ich, entweder die 6. oder 7. sein. Wieder diverse Folgen mit etwas Überlänge. Jaja, ist ja gut. Ja, hier waren wir auch schon. Oh, sind wir schon fertig mit der Ebene jetzt? Was? Sind wir da jetzt etwa fertig? Können wir schon runter? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Oh, guck mal da oben. Oh, Kürbiskerne. Ah, schlechte Kürbiskerne. Hallo. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ah! Hilfe! Da kommen einfach mal Feuerfledermäuse angeschissen. Was zum Teufel? Ah, es wird ja immer schöner hier. Die auch noch so eine schöne Schleimspur hinter... Lassen! Gold! Das ist mit Sicherheit Gold! Das sehe ich schon. Hallo? Na? Gold! Oh, genau das, was wir brauchen. Juhu! Ja, Mann! Wir können endlich Gold machen! Juhu, wir können endlich Goldfassungen machen! Für unsere... Für unsere verbesserten Schwerter! Ja, geil! Gold! 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 Ach, das ist gar kein kaputtes Ding. Ich trinke mal was. Oh Gott! Puh! Komm, Fledermäuschen, danke. Finde ich ein bisschen traurig, dass man trotzdem nur... äh, schnöde Fledermausflüge gibt... äh, kriegt. Ich hätte mich gefreut, wenn man dann noch irgendwie... Ich weiß nicht, Kohle oder was gekriegt hätte, weil es ja Feuer ist, ne? Ja. Yeah. Oh! Die haben wir ganz schön mitgegeben gerade. Hä? Iiih! Ich will nicht in deiner widerlichen Siffe stehen. Ja, genau. Äh! Kommst du... Blödes Vieh! Guten Tag! Hallo! So, platzmäßig sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Da, 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 da. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch ein paar Diamanten. Hallo, meine Liebe. Na? Äh, schon wieder diese... Ach! Komm her! Hallo! Mann! Blödes Ding! Blauer Schleim. Das schreit... Das schreit geradezu wieder nach Dingens. Nach, nach Wackelpudding. Hm. So, ich gönne mir wieder einen Drink. Oh. Hallo. Ja, danke, dass das Bild jetzt geruckelt hat. Hätte das Bild jetzt gerade nicht geruckelt, hätte ich sie beide auf einmal zerschlagen können. Daneben! Oh. Erstmal hier. Na? La, 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 la. Es geht doch schon deutlich einfacher mit dem neuen Schwert. Hallo? Ah. Au. So... Ei, 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 ei. Ich bin gespannt, was mich da noch alles erwartet, ey. Mir kraut's so davor. Ich bin erst auf Stufe 6 oder was, 5? Ich weiß gar nicht mehr. Und, alt, ihr kommt schon Flee... Feuerfledermäuse kommen uns jetzt schon entgegen. Oh, guck mal, hier kann ich noch... Ähm. Äh, ja, er knüppelt ohne Unterlass. Alles klar. Oh, okay. Die Teile kann ich jetzt natürlich nicht mehr mitnehmen. Sehr schade. Kann ich denn vielleicht irgendwas Sinnloses verschwinden lassen? Ja, genau, die da zum Beispiel. Braucht kein Mensch. Nenne ich lieber die mit. Ah, fertig. Sehr schön. Guten Tag. Ich gehe aber erst mal nach oben. Ich gehe erst mal nach oben. Und hau erst mal die ganzen Sachen hier weg. Die nehme ich jetzt mit... Mit Nundri. Und sortiere das jetzt erst mal alles ein. So. Dann bringe ich erst mal... Das andere Zeug in Sicherheit. Und schmelze das Gold. Ähm... Das kommt auch noch mit. Genauso wie das. Oh, geil. Ein rotes Buch. Äh, da, da, da. Was bleibt noch? Äh... Näglis. Flüglis. Und... Das Puder kommt runter. Das kommt alles hoch. Das nehme ich jetzt direkt erst mal. Oh, stimmt. Warte mal. Wir haben ja jetzt 373 Punkte. Mal gucken, ob wir was lernen können. Ja, zum Beispiel hier. Und hier. Marmor. Das gönne ich mir direkt. Kann ich sonst noch irgendwas lernen? Nö. Für den Rest reicht es nicht mehr. Ach, das sind wir eh fertig. Vorerst. Ja, cool. Wir können weitermachen. So, einmal. Ähm... Das war's. Lol. Kann ich hier noch irgendwas reinsetzen? Das muss mit hoch. Das muss mit hoch. Da bleibt einer da. Da bleibt auch jeweils einer da. Der Rest geht mit. Oh, dann haben wir endlich Goldbarren. Juhu. Ja, ich freue mich. So, einmal bitte schmelzen. So, und dann muss ich gucken. Eine Fassung. Goldschmuckfassung. Da brauchen wir einen Goldbarren, die Stahlteile und Glauben. Und wir brauchen drei Stück davon. Puh. Also wir brauchen drei Goldbarren, drei Metallteile und sechs Glauben. Aber beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Portion Glauben mit hoch. Das klingt irgendwie so komisch. Das nächste Mal nehme ich einfach eine Portion Glauben mit hoch. Das klingt irgendwie... Ich weiß nicht. So, das und das und das. Und das und das. Das und das und das. So, die Zwiebelsamen kommen runter. Na, wie weit seid ihr? Ach, guck, eine an. Einmal die Linsen. Oh je. Da haben wir auch nicht mehr viele. Da wird vermutlich... Oh je, da wird es auch weniger. Ich glaube, ich darf demnächst wieder Linsen nachzüchten. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Oh, warte. Die nehmen wir noch mit. So, dann schauen wir mal. Was wir mit dem Wackelpudding machen können. Muss ich den hier machen? Nö. Dann gibt es hier Wackelpudding. Oh. Ich kann mit blauem Wackelpudding gar nichts anfangen, sehe ich gerade. Ja, super. Aber ich könnte mit Beerensaft könnte ich was machen. Oder ich könnte mit Honig was machen. Hm, machen wir das. So, blub, blub und blub. Dann mal wieder ein bisschen was an Futter. So. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dem blauen Schleim anfangen soll. Ich nehme den mal raus. Ich packe den mal da hinten rein. Keine Ahnung, was ich mit dem blauen Schleim jetzt anfangen soll. Oder kann. Ich kümmere mich jetzt nochmal eben. Ich kümmere mich jetzt nochmal eben um die eingetroffene Leiche unten. Und dann würde ich sagen, geh mal wieder runter. Weil ich brauche dringend noch Diamanten. Ach du Schande. Da waren schon wieder zwei. Ups. Ups. Uuund. Ups. So. Ach ja, ich muss auch noch die Kisten wieder fertig machen. Die Kiesten. Die schnieken Kiesten. So. Oh, mal hier neu. Für mehr reicht es nicht. Alles klar. Huch. Hier. So. So. Dann schauen wir mal, was wir an Kohle abholen können. Es müssten vier Kisten gewesen sein, das letzte Mal, glaube ich. Wo abgeholt wurden. Das heißt, wir könnten ein bisschen was kriegen. Nicht viel, aber ein bisschen was. So. 99. Na, immerhin. Wie viel haben wir denn? Ich werde so ewig brauchen. Äh? Ah. Falsch. Sorry. Ich werde so ewig brauchen, um an Kohle zu kommen, ne? Das ist so unglaublich. Ich muss es echt dringend irgendwo rausfinden, wie ich irgendwo was verkaufen kann. Dringend. So. So. Ach. Schon viel besser. So. Es müsste jetzt hell sein. Ich würde sagen, ich schnappe mir mal diese Assi-Werkzeuge. Nehme die mal mit. Das nehme ich auch mal mit. Und vielleicht kriege ich die ja irgendwie verkauft. Ja. Da soll es lang. Lass mal mal zum Schmied gehen und mal schauen. Dup, 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 dup. Ne, da oben war doch, glaube ich, dieser Müller. Kann man bei dem nicht irgendwie Weizen oder so verkaufen? Weizen und Mehl oder sowas? Ja, ist ja schön. Ach, guck. Huch. Benutze eine Mühle. Ja, hier kann ich, äh, also ich denke mal, dass ich es hier verkaufen kann. Ähm. Benutze die Mühle. Huch. Huch. Ich hab gar nicht gewusst, dass man bei dem noch was abgeben muss. Stand, stand das bei den Dingen hier dabei? Warte mal. Wo ist er denn? Nö, steht nicht dabei. Es kann, ich glaube, das ist eher nur so, dass ich das machen kann, ohne dass ich wahrscheinlich Energie brauche oder sowas. Vermute ich mal. Ähm. Ich schnapp mir mal mein, mein ganzes Gezubbel. Wenn ich's finde. Ah, hier. Hä, warum sind, hä? Warum sind hier so viele Zwiebeln drinne? Sehr komisch. Sehr komisch. Kann ich, kann ich, kann ich die auch irgendwie verkaufen? Weil dann hab ich dieses Zeug nämlich los. Weil was soll ich denn mit so vielen, mit so vielen schlechten Zwiebeln? Oh. Ach ne, ich glaube, ich brauch ja, ich brauch glaube ich gar keinen Dünger für die, da hab ich ja investiert. Ähm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich diese blöden Zwiebeln ja noch irgendwie verkaufen. Weil ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch machen sollte, außer vielleicht Burger draus zu machen. Aber da kann ich ja auch nicht sonderlich groß was mit anfangen, außer sie selber zu essen. Ich glaube, verkaufen kann ich die auch nicht. So, guten Tag. Ah, guck, tatsächlich. Ja, ich kann's verkaufen. Juhu. Scheiß drauf. Cool. Wenigstens etwas. Nicht viel, aber etwas. So, dann auf zum... Äh, was hab ich noch? Zwiebeln. Äh, da oder unten hat die Gemüse-Dinger, die Gemüsesamen verkauft. Vielleicht kann ich hier die Zwiebeln verkaufen. Hm. Äh, was hast du denn sonst noch im Angebot? Nix. Außer die Samen. Da kann ich auch nix mitnehmen. Wäre ja Diebestahl. Bei dir kann ich nix verkaufen, ne? Nö. Oh, das ist blöd, dass ich das scheiß Gemüse nirgends loswerden kann. Man kann hier nur... Man kann hier nur so richtig schlecht Geld verdienen. Das ist so ein bisschen blöd. Ah, siehst du, ich hätte von unten noch eine Portion Wein, glaube ich, mitnehmen können. Dann hätte ich noch hier verscherbeln können. So, aber hier... Juhu, jetzt haben wir sechs Gold. Ich freue mich. La, 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 la. So, jetzt probieren wir einmal zum Schmied unten. Äh. Hä? War das hier? Ah, ich glaube ja. Hallo. Hallo. Ja, ich kann das verkaufen. Eine rostige Schaufel. Juhu. Danke. Hä, wie kann ich denn bei dem im Rang steigen? In dem kann ich... Kann ich dem Kohle oder sowas verkaufen? Hm. Interessant. Okay, die Rüstung und das Schwert und die anderen... Das stärkere Zeug kann ich nicht loswerden. Ich räume hier mal ein bisschen auf, ne? Hier haben wir noch einen Kap... Hier haben wir einen toten Baum. Da oben haben wir noch einen. Da haben wir einen Maulwurf. Alter, wie das hier aussieht. Soll ich mal ein bisschen besser um eure Stadt kümmern hier? Sieht ja aus wie Sau. Dass man hier aber auch alles immer selber machen muss, ne? Traurig. Oh, Pilze. Die nehme ich doch glatt mit. Jetzt, wo wir nicht mehr so viel Menschenfleisch kriegen. Oh, ist auch noch ein kaputter... Ne, ist kein kaputter Baum. Oh, aber was haben wir denn hier? So, was. Weißt du, diese Frau hat's gut, ne? Die hat hier ihre ganzen Tondinger irgendwie direkt alle nebenan. Und ich muss es... Und ich muss immer in der Ewigkeit laufen. Finde ich auch nicht fair. Finde ich gemein. Oh, hier kann ich sogar Wasser ziehen. War hier nicht... War hier oben nicht auch irgendwo Honig? Ah, hier. Aber ich will hier auch an den Honig dran. Und ich sehe gerade irgendwie nichts mehr. Oder beziehungsweise nicht mehr viel. So, hier ist alles sauber. Ach Gott, wir müssen doch mal wieder nach unserem Wein gucken. Ich will das alles hier aufräumen, immer. Das sieht immer so fürchterlich aus. Oh, was ist denn das für ein Stein? War der schon immer da? Komisch. Der sieht so auffällig aus. So, einmal wieder schnell anpflanzen. So, wie schaut's aus? Oh, oh cool. Ich hab noch Material für zwei weitere jetzt. Yay. Sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Ja, hier. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich gut. Flipp. So. Ach, guck. Ich hab sogar noch mal Platz. Yay. Äh. B-b-b-b-b-b. Nö, nö, nö. So rum. So, jetzt aber. Äh, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Gut. Da, da, da. Ach, da kann ich ja das auch grad mal wegmachen. Moment. Die Kühlbritsche kann weg. Ähm. Schwertschmuck. Die, äh. Die Urnenhalle. Kühlbritsche. Bienenstock ist nicht mehr so ganz wichtig. Ähm. So, jetzt so. So.